Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Volksbank Kuhn-Rhein-Pfalz hier in unserem Schulzeh-Delich-Saal. Ich darf ganz herzlich als Gastgeber heute begrüßen den Vorsitzenden der Bechergesellschaft, Herrn Schwengler. Herr Schwengler, herzlich willkommen hier. Ich darf natürlich auch sehr herzlich willkommen heißen unseren Oberbürgermeister, Herrn Hans-Jörg Eger. Ich hatte gerade das Vergnügen, mit ihm gemeinsam beim Diakonissen-Stiftskrankenhaus das zehnjährige gelungene Fusionsvorhaben nochmal Revue passieren zu lassen. Wir sind dann gemeinsam vom Diakonissen-Krankenhaus nochmal in die Volksbank gelaufen, haben uns erfreut an diesem wunderschönen Spätsommertag und haben nochmal genossen, wie schön ein Gespeier ist. Wenn man so ein bisschen etwas Zeit hat, glaube ich, findet man auch das ein oder andere Punkt, wo man so im Vorübergehen, im Autofahren doch gar nicht sieht. Wir haben auch heute wieder gehört von unserem Minister, der erwähnt hat, dass Speyer etwas ganz Besonderes ist. Er hat es bezogen wohl auf die gelungene Fusion der Krankenhäuser und in Rheinland-Pfalz Vorbildfunktion hat. Aber ich glaube, man kann dieses Wort auch ausdehnen insgesamt auf die Stadt Speyer. Und wir können uns alle glücklich schätzen, dass wir in Speyer zu Hause sind. Und es ist wirklich eine lebenswerte Stadt, die sich ja auch in den nächsten Jahren noch sicherlich gut entwickelt. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben ja heute dieses schöne Thema, wohin steuert die digitale Gesellschaft. Das ist sicherlich auch ein Thema, mit dem wir uns als Bank beschäftigen. Aber gestatten Sie mir, bevor Sie sicherlich in die Fachthemen einsteigen, zwei, drei kurze Worte zur Volksbank Kuren Rhein-Pfalz. Unser Haus feiert in diesem Jahr einen kleinen, runden Geburtstag. Wir sind 150 Jahre alt geworden. Das heißt, 1864 haben 121 Speyerer Bürger den damaligen Speyerer Vorschussverein gegründet. Wenn man mal rückblickend betrachtet und sich auch die heutigen Zahlen etwas vor Augen führt, glaube ich, dass die Entwicklung sich sehen lassen kann. Mittlerweile haben wir 60.000 Mitglieder, 120.000 Kunden. Und unsere Bank ist natürlich auch gewachsen durch Fusionen. Wir haben eine Bilanzdumme von etwas 2,8, 2,9 Milliarden Euro. Und ich glaube, wir sind ein Institut, das einen sehr, sehr hohen realwirtschaftlichen Bezug hat. Das erkennt man an zwei Kennzahlen. Wir haben insgesamt zwei Milliarden Kundeneinlagen. Und in unserem Kreditbuch, also was wir an Forderungen rausgegeben haben, an den Mittelstand, an die privaten Bauherren, das liegt bei 2,2 Milliarden. Also wir haben aus diesen Relationen, das können Sie sehr leicht erkennen, wir hatten noch nie die Notwendigkeit, uns irgendwo an der Börse zu engagieren. Und die ein oder andere Rendite über mehr Risiko einzukaufen. Darüber sind wir sehr glücklich. Wir haben mittlerweile 37 Filialen. Und unser Geschäftsgebiet beginnt im Westen in Neustadt. Wir sind in Lambrecht noch in Thal. Das geht fast runter bis nach Germersheim. Wir sind in Hasloch vertreten. Haben im Jahre 2011 noch die Rhein-Westfalen-Bank Schifferstadt fusioniert. Es sind mittlerweile seit 1999, und das ist sicherlich auch etwas Besonderes, ein Nobum, in beiden Bundesländern vertreten, das heißt in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg. Das ist durch die Fusion im Jahre 1999 mit Hockenheim gekommen. Und wir haben einen zweiten Schritt getan im Jahre 2007 und haben die damalige Volksbank Schwetzingen noch hinzugenommen, sodass wir doch mindestens einen Anteil von 35 Prozent auf der badischen Seite liegen haben. Und das tut uns insgesamt, glaube ich, recht gut. Ja, welchen Stellenwert hat denn die Volksbank von Rhein-Pfalz im Land Rheinland-Pfalz, im Bundesgebiet von der Größe her? Sind wir in Rheinland-Pfalz die zweitgrößte Genossenschaftsbank? Da liegt jetzt die Landeshauptstadt in Mainz noch vor uns. Und im Bundesgebiet zählen wir zu den größten 20 Genossenschaften. Ich glaube, das wird auch der Wirtschaftslage und insgesamt dem Geschäftsgebiet, was sich ja doch auch ein bisschen reinstreckt, in den südlichen Bereich der Rhein-Neckar-Metropolregion insgesamt gerecht. Wie kommen wir dazu, dass wir heute Gastgeber sind für die Bechergesellschaft? Na, es ist natürlich so, dass unser Haus schon personell seit Jahrzehnten eine enge Verbindung hat zu der Bechergesellschaft. Und Sie werden völlig überrascht sein, die Vorstände haben jeweils das Amt des Schatzmeisters inne. So war es beim Herrn Neue gewesen, so ist es bei meiner Person. Und naja, Sie kennen ja auch die Zinslandschaft. Im Moment hat es der Schatzmeister nicht ganz einfach. Der Herr Draghi hat die Zinsen nach unten geschleust, zum Unbillen eigentlich von Deutschland. Wir bräuchten in Deutschland ein anderes Zinsniveau. Das würde ich persönlich eher bei 2% Euro sehen und im langfristigen Bereich zwischen 3 und 4. Der Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine Nullzinspolitik. Wir Banken bekommen mittlerweile, wenn wir Geld anlegen bei der EZB, Minuszinsen. Also wir haben japanische Verhältnisse. Und ich bin der festen Überzeugung, meine Damen und Herren, es wird sich in den nächsten vier Jahren nicht ändern. Das ist eine klare Aussage. Wir befürchten sogar, dass der Herr Draghi spätestens im nächsten Jahr doch beginnen wird, mit Staatspapieren aufzukaufen. Und dass wir das Zinsniveau auf Dauer niedrig halten. Also da haben wir schon damit zu kämpfen. Ich glaube, der Genossenschaftlichen Verbund. Und wir haben mittlerweile die Volksbank Kuren-Rheinpfalz, ich sage persönlich auch immer ganz gerne die Volksbank Speyer, wir haben mittlerweile einen Anteil von 1% an der EZB Bank in Frankfurt. Und zum Verbund gehören noch namhafte Institutionen, wie zum Beispiel die Union Investmentgesellschaft, die RNV, die Bausparkasse, Schwäbisch Hall. Man erkennt auch, dass ein Strukturwandel mittlerweile stattfindet. Wir gehen davon aus, dass auch im nächsten oder übernächsten Jahr eine Fusion der beiden restlichen Zentralbanken, DZ Bank und WGZ, erfolgt. Wir haben in Deutschland noch zwei Rechenzentren, die funktionieren am Jahresende. Ich glaube, dass der Verbund dann insgesamt gut aufgestellt ist. Und den Seitenhieb gestatten Sie mir als Volksbanker. Ich glaube, der Genossenschaftliche Verbund ist auch etwas besser aufgestellt wie die Sparkassenorganisation insgesamt. Gerade wenn man sich so die Sparkassenlandschaft betrachtet mit den zahlreichen Landesbanken. Und ich bin mal gespannt auf den Ausgang der Stresstests. Die war ja veröffentlicht am 15. Oktober. Und es könnte doch die eine oder andere Landesbank da ein bisschen in die Bätouille kommen. Aber das ist jetzt auch kein Neid. Wir wünschen der Gruppe dies nicht. Aber es wird sicherlich gerade im Oktober, was diese Ergebnisse betrifft, nochmal eine gewisse Unruhe in die Märkte hineingetragen. Ja, meine Damen und Herren, welche Herausforderungen, und da komme ich eigentlich auch fast zu dem Thema, wo Sie heute haben, welche Herausforderungen hat. Denn eine Regionalbank wie die Volksbank, da können wir auch gerne die Sparkassen mit dazu nehmen. Denn in der heutigen Zeit, ich habe es ja schon mal angesprochen, mit den Niedrigzinsen, das tut uns natürlich sehr, sehr schwer. Sie können sich ausrechnen, wir geben Darlehen mittlerweile unter 2%. Wir haben Personalkosten, die liegen aber bei 1,3%. Dann haben wir noch ein paar Sachkosten, ein bisschen Abschreibungen. Also das wird für die dauerhafte Rentabilität sicherlich ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Der zweite Punkt, wir haben in Deutschland eigentlich einen zu harten Wettbewerb. Ja, wir sind Overbanking. Im Retailgeschäft tummeln sich viel zu viele Banken. Das drückt natürlich auf die Marge. Über die Regulatorik, das können Sie alle mitverfolgen. Ich glaube, es ist notwendig, dass die Risiken bei den Banken eingedämpft werden. Aber ich bin genauso der festen Überzeugung, dass man einen Unterschied machen sollte zwischen denjenigen, die die Risiken geursacht haben und denjenigen, die in der Krisenseite den Mittelstand, den Rücken gestärkt haben. Und das waren die Sparkassen, das waren die Volksbanken gewesen. Leider kommt diese Botschaft oftmals in Brüssel oder bei der EBA in London nicht immer an. Wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen es umsetzen. Aber glauben Sie mir, es bindet erhebliche Ressourcen, ob finanzieller Art, personeller Art. Es belastet uns mittlerweile ein sehr, sehr interessantes Thema und auch für uns vom Aufwand ist natürlich der Verbraucherschutz. Manchmal hat man den Eindruck, wenn wir eine Wertpapierberatung durchführen wollen und man kann eigentlich keine Vermögensbildung mehr ohne eine vernünftige Wertpapierberatung machen. Natürlich gab es da auch schwarze Schafe, aber wir haben eher den Eindruck, dass durch den Verbraucherschutz der Bürger entmundig sind. Das ist ein schwieriges Unterfangen für uns und bedeutet natürlich auch wiederum einen sehr großen Aufwand. Und der letzte Punkt, was uns natürlich beschäftigt, und da sind wir beim Thema von Ihrem heutigen Seminar, das ja heute und morgen stattfindet, ist natürlich die Frage der Digitalisierung. Das Internet nimmt zu. Wir haben die mobilen Endgeräte. Wir selbst haben uns darauf eingerichtet. Wir haben ständige Veränderungen in unserer Homepage. Es gelingt uns mittlerweile sogar, dass wir direkt online abschließen können. Ein Konto, man kann einen Kleinkredit bei uns aufnehmen, man kann Wertpapiere kaufen. Alles ohne den lieben Mensch, ohne unsere Mitarbeiter. Ich bin sicher, dass wir in einem halben oder in einem Jahr sogar eine Baufinanzierung per Online anbieten können. Also das ist eine Tendenz, meine Damen und Herren, die ist nicht mehr aufzuhalten. Das bedeutet natürlich auch starke strukturelle Veränderungen, sowohl in der Bank selbst wie auch bei den Mitarbeitern. Und es wird sicherlich eine spannende Diskussion geben, wie sich die Filialpolitik aufgrund dieser Digitalisierung auswirken wird. Aber ich glaube, das ist nicht zu ändern. Ich habe gerade noch nachgelesen, es gibt einen schönen Satz, das hat mal Bill Gates gesagt vor 20 Jahren. Wir brauchen Banking, aber keine Bank. Also da haben wir es nicht leicht. Das war von meiner Seite mal ein kurzer Einstieg auf Ihr Thema heute. Sie sind herzlich eingeladen hier bei der Volksbank. Ich glaube, heute Abend findet noch ein gemeinsames Essen statt. Und morgen sind Sie auch wieder da. Kommen Sie rechtzeitig. Wir haben in Speyer den Bauernmarkt, dass Sie noch einen Parkplatz bei uns erwischen. Ich bitte, haben Sie Verständnis, dass ich heute nicht teilnehme oder nicht zuhöre. Meine Frau hat mir eine Woche Urlaub verordnet. Und den will ich morgen auch antreten. Und dann hat man doch das eine oder andere zu tun. Also meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine schöne, spannende Veranstaltung hier in der Volksbank von Rheinpfalz. Interessante Gespräche, interessante Vorträge und ein gutes Gelingen Ihres Seminars. Vielen Dank. Applaus 2770, Doppelpunkt 169, Doppelpunkt 3, Querstrich 53, Doppelpunkt 3, Querstrich 62. Würde unser Seminar im Jahre 1661 stattfinden, Dann hätte uns bestimmt der Namensgeber unserer Gesellschaft, Johann Joachim Becher, mit der erwähnten Zahlenreihe, die nach seinem System entschlüsselt lautet, herzlich willkommen zum Seminar begrüßt. In seinem in lateinischer Schrift abgefassten Buch Allgemeine Verschlüsselung der Sprachen stellt Becher einen Universalsprachenentwurf zur mechanischen Sprachübersetzung bzw. Verarbeitung vor. Seine Sprachverschlüsselung ist ein Vorläufer des heutigen Wirtschaftszweiges Computerlinguistik. Der wissenschaftliche und technische Fortschritt im Bereich IT in den zurückliegenden 353 Jahren, also von Bechers Datenverarbeitung zur heutigen Wissenschaft der Informatik, hat unser Mitglied, Herr Professor Reinermann, bewegt, das heutige Seminar, Wohin steuert die digitale Gesellschaft, vorzuschlagen und zu organisieren. Als Vorsitzender der Johann Joachim Becher Gesellschaft möchte auch ich Sie herzlich zu unserem Seminar begrüßen und willkommen heißen. Ich freue mich über das große Interesse an dem Thema und dass es gelungen ist, dass wir mit unserer heutigen Veranstaltung als Partner des Wissenschaftsjahres 2014 aufgenommen wurden. Besonders begrüßen möchte ich die Referenten und Moderatoren unseres Seminars, die Herren Prof. Dr. Karl Böhret, Prof. Dr. Dr. Klaus König, Fabian Lorenz, Prof. Dr. Jörn von Lucke, Stefan Nietzsche, Prof. Dr. Heinrich Reinermann. Ein besonderer Gruß auch an den Oberbürgermeister der Stadt Speyer und Vorstandsmitglied unserer Gesellschaft, Herrn Hans-Jörg Eger, an den Alt-Oberbürgermeister und Ehrenvorsitzenden unserer Gesellschaft, Herrn Dr. Christian Roskopf, an den Europaabgeordneten, ade, Herrn Jürgen Kreuzmann, an den Leiter des Bürgeramtes, ade, der Stadt Heidelberg, Herrn Rudi Lerche und an den am weitesten angereisten Teilnehmer, nämlich aus Zürich, Herrn Markus Scheurenbrand. Und last but not least auch einen besonderen Gruß an die Vertreter der örtlichen Presse und an die Mitarbeiter vom offenen Kanal Speyer unter Leitung von Herrn Wolfgang Schuch, die über unser Seminar berichten werden. Gerne hätte ich auch Herrn Professor Waldemar Schreckenberger hier begrüßt. Leider kann er wegen Erkrankung an unserem Seminar nicht teilnehmen. Ich wünsche ihm von hier aus alles Gute und eine baldige Genesung. Bereits zu Beginn unserer Veranstaltung möchte ich mich recht herzlich bei dem Organisator unseres Seminars, Herrn Prof. Dr. Heinrich Reinermann, für seine viele Arbeit und Kontaktherstellung zu den Referenten und beim Hausherrn, Herrn Rudolf Müller, Vorstand der Volksbank KUR und Rheinpfalz EG, für die Verfügungsstellung der Räumlichkeiten und des Services bedanken. Kein anderes Technologiefeld hat die Wirtschaft einerseits und den Alltag der Menschen andererseits in den letzten Jahren so verändert wie die Informations- und Kommunikationstechnologie. Auch für die Zukunft gehen von ihrer weiteren Entwicklung und Verarbeitung viele Chancen aus. Als Querschnittstechnologie birgt sie zudem wirtschaftliches Potenzial für zahlreiche weitere Branchen. Die neuen Technologien werden in Zukunft noch mehr in unser Umfeld wie zum Beispiel bei der Arbeit, Freizeit, Kontaktpflege, Gesundheit, Auto, Bildung und Sicherheit eingreifen. Die Autoren Marcel Rosenbach und Holger Stark beschreiben in ihrem Buch der NSA-Komplex die Entwicklung wie folgt. Eine Informationsrevolution fegt durch die Welt, die so radikale Veränderungen erzwingt wie einst die Entwicklung der Atombombe. So wie die Kontrolle der industriellen Technologie einst der Schlüssel zu militärischer und ökonomischer Macht während der vergangenen zwei Jahrhunderte war, wird die Kontrolle der Informationstechnologie der Schlüssel zur Macht im 21. Jahrhundert. Ich bin nun gespannt auf die Sichtweisen unserer Referenten. Ich darf nun Herrn Professor Reinermann bitten, mit der Moderation und Einführung in das Seminarthema zu starten. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, erinnern Sie sich noch an eine Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Obama im letzten Jahr. Da ging es um die NSA, die gerade von Herrn Spengler schon angesprochen worden war, und um das Abhören im Internet. und Frau Merkel sprach einen legendären Satz und er lautete, das Internet ist für uns alle Neuland. Und dann ging ein Aufschrei durch die Internetgemeinde und durch die Netzaktivisten, denn das Internet war ja schon 20 Jahre alt. Es gab richtig viel Häme, aber wenn man mal ein paar hundert Jahre zurück geht, als Kolumbus Amerika entdeckte, da hat er gesagt zu den Indianern, ihr seid entdeckt, ich habe das neue Land entdeckt, aber die Indianer haben gesagt, wir waren doch schon ewig hier. Ihr Europäer, ihr habt es nicht gewusst, ihr habt uns entdeckt entdeckt auf eure Art und Weise. Das ist die Sicht der Europäer. Und daran kann man Folgendes sehen, entdecken kann man immer etwas nur für sich. Wenn man sich nicht mit Astronomie beschäftigt hat, dann kann man Astronomie für sich entdecken. Wenn man sich mit der römischen Geschichte nicht beschäftigt hat, kann man die römische Geschichte für sich entdecken. Aber sie war natürlich da. Neuland ist also ein Begriff, der hier eigentlich nicht so richtig passt. Und die Häme war eigentlich unberechtigt, denn das trifft uns alle. Wir haben alle Neuland um uns herum, mit dem wir uns nicht selber beschäftigt haben. So, zurzeit ist aber die Politik dabei, das Internet für sich zu entdecken, weil jetzt einiges zu gestalten ist. Man hat es aus Sicht der Politik lange vor sich hin wachsen lassen. Und das hat auch etwas sehr Gutes. Wenn man zu früh eingegriffen hätte, hätte man irgendwelche Wege verbaut. Wenn man zu spät eingreift, ist es vielleicht zu spät. Ist das der richtige Zeitpunkt? Wir wissen es nicht genau, aber es ist jedenfalls der Zeitpunkt, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, auch international, dass die Politik das Internet für sich entdeckt. Und die Politik will das Internet gestalten. Denn es ist viel Gutes entstanden. Ich erwähne nur Dienstleistungen wie Suchmaschinen oder Navigationsgeräte. Aber es ist auch viel entstanden, was Besorgnis erregt. Auch da nur zwei, ausgespäht zu werden und zweitens bestohlen zu werden durch Computerkriminalität. Deswegen also jetzt die digitale Agenda der deutschen Bundespolitik am 20. August im Kabinett beschlossen. Innenminister Thomas de Maizière hat gesagt, das ist ein Hausaufgabenheft. Es sind 36 Seiten. Wenn man es mal sich anguckt, eine schöne Zusammenstellung all der Probleme, die jetzt im Augenblick zu gestalten sind. Und die Bundeskanzlerin hat vor einigen Tagen im Bundestag bei der Haushaltsdebatte gesagt, ja, digitale Agenda, das sind für mich drei Schwerpunkte. Erstens Impulse geben für Wachstum und Beschäftigung. Zweitens Zugang und Teilhabe schaffen durch leistungsstarke Netze, sprich Ausbau der Breitbandkommunikation. Und drittens Vertrauen und Sicherheit im Internet schaffen. Und das Ganze soll im Dialog mit Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft geschehen, also mit uns, die wir hier zusammengekommen sind. Und deswegen ist unser Seminar auch ein Bestandteil dieser digitalen Agenda und wie Herr Spengler schon gesagt hat, auch des Wissenschaftsjahres des Bundeswissenschaftsministeriums. Jetzt hat es im Neuland auch Fossile gegeben. Die sind wieder ausgegraben worden. So ein Fossil steht vor Ihnen. Wir haben in den 60er Jahren mit unheimlich langsamen Computern gearbeitet. Wir dachten aber, die wären schnell. Nur ein Beispiel. Ich hatte ein Programm auf einem Computer von Konrad Zuse. Das ist ja der Erfinder des Computers 1938 in Deutschland. Und eine Z23. Mein Programm dauerte acht Stunden. Das lief also von abends 10 Uhr, wenn alles im Bett war, bis morgens um 6 Uhr. Und nun habe ich zur Vorbereitung dieses Seminars gedacht, rechne doch mal aus, wenn ich heute einen handelsüblichen PC nehme, wie lange würde dieses Programm denn laufen? Und dann kommt man sofort, ja, wir haben ja technischen Fortschritt, das wird wohl nur eine Sekunde sein. Ja, da liegen Sie aber noch weit, weit zu hoch. Zehntel Sekunde? Nein, Hundertstel, Tausendstel auch nicht. Zehntausendstel? Immer noch nicht. Eine siebzehntausendstel Sekunde würde mein Achtstundenprogramm von damals heute laufen. Da sieht man, wie man doch ein Fossil ist, aus der Sicht der heutigen Zeit. Aber trotzdem wurde uns damals aus der Arbeit mit dem Computer schon vier Dinge klar. Das hat großes Potenzial aus vier Gründen. Das erste ist, man kann die reale Welt in Zahlen abbilden. Und ein Beispiel hat Herr Spengler eben anhand unseres Namengebers, Johann Joachim Becher, genannt. Ich kann Schriftsprache haben und kann die Wörter in Zahlen darstellen. Das ist dann digitalisiert. Oder ich kann auf die Uhr gucken und kann sagen, es ist jetzt 14.59 Uhr, dann habe ich die analog ablaufende Zeit, die real ablaufende Zeit, die habe ich digitalisiert. Die habe ich in eine Zahl verwandelt. 14.59 Uhr. Der Computer will es noch ein bisschen genauer oder ein bisschen anders, muss ich sagen. Er will eine bestimmte Art von Zahlen haben, nämlich binäre, sprich Null oder Eins. Und das war das Erste, was uns auffiel, an dem wir gesagt haben, da steckt sehr viel Potenzial drin. Man kann ja alles, Sprache, Schrift, Bilder, Filme, in Nullen und Einsen darstellen und dann eben mit einem Computer maschinell bearbeiten. Das Zweite war, man kann aus diesen Bits, wie man die Nullen und Einsen auch nennt, Pakete machen. Man kann diese Pakete adressieren an einen anderen Computer und kann sie durch ein Netz schicken. Und das Dritte, dieses Verschicken von Paketen im Netz verläuft mit der Geschwindigkeit des elektrischen Stromes. Und der hat eben 300.000 Kilometer pro Sekunde an Tempo. Das heißt, siebeneinhalb Mal pro Sekunde um die Erde. Das heißt, ob ich ein Buch aus einer Bibliothek in Stockholm auf meinen Bildschirm holen will oder ob ich mal eben gucken will, wie viel Strom eine Solaranlage auf der Oper in Sydney produziert, das alles habe ich sofort in Echtzeit neben mir hier auf dem Tisch. Und das Vierte, die Geräte waren damals schon winzig, wie wir dachten, aber sie sind natürlich winzier geworden. Man spricht heute von Hochleistungsrechnern im Visitenkartenformat oder das neueste mit Apple Watch Hochleistungsrechner am Handgelenk. Jetzt können wir... Es war klar, dass auch die Hochschule für Verwaltungswissenschaften sich mit diesem Thema beschäftigen muss. Vor allen Dingen Herr König, der hier sitzt und den Sie morgen als Moderator erleben werden, hat sich dafür eingesetzt, dass dieses Gebiet an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer auch gelehrt wird. Und als ich meine Antritts... Nein, ich muss so anfangen. Als Frau Merkel 1993 hier in der Hochschule war, da war sie Bundesministerin für Frauen und Jugend und hat... Sie haben sie wiedererkannt, hoffe ich. Und sie hat über die Frau in der Rentenversicherung gesprochen. Da lag meine Antrittsvorlesung über Verwaltungsinformatik schon 20 Jahre zurück. Und ich hatte über die Chancen der Informationstechnik für die öffentliche Verwaltung gesprochen. Nachher kam die Ehefrau eines Kollegen zu mir und sagte, wissen Sie, wie Sie mir vorgekommen sind? Sie sind mir vorgekommen wie Erich von Däniken. Vielleicht wissen einige von Ihnen, dass das dieser Schweizer Autor war. Herr Scheurer, man wird ihn vielleicht kennen, aus Zürich, der sich mit Außerirdischen und ihren Relikten auf dem Globus beschäftigt hat. Aber auch das ist verzeihlich. Wir können uns immer nur schwer vorstellen, wie sich Zukunft entwickelt. So ging es schon dem Sprecher des amerikanischen Verbandes der Pferdekutschenbauer. Die hatten ihre Jahrestagung in New York im Jahre 1900. 1900 war das Auto 12 Jahre alt, 1888 erfunden, Daimler und so weiter. Und da sagte, das ist ja keine Produktwerbung, da sagte dann dieser Sprecher, naja, wer den Nutzen des Automobils leugnet, ist ein Narr. Aber der größte Narr von allen ist, wer deswegen das Verschwinden von Pferd und Wagen voraussagt. So viel zu unseren Fähigkeiten, uns mit technologischen Fortschritt zu beschäftigen. Ich habe Ihnen eine Tischvorlage auf den Tisch gelegt und ich gehe jetzt zu dem Punkt Römisch 2. Heute geht es ja nicht mehr um Autos, heute geht es um Informationstechnik. Vielleicht ist es sogar so, dass in wenigen Jahren wir uns mit Autos und Informationstechnik beschäftigen werden, wenn wir erst die Roboterautos und die Auto-zu-Auto-Kommunikation haben. Wir könnten das Bild jetzt wieder abschalten. und ich will jetzt versuchen zu betrachten, wie dieses technische Potenzial sich auf Branchen auswirkt. Ich nehme aber nur eine Branche heraus, nämlich das Taxigewerbe und das deshalb, weil Sie das alle aus den Fernsehen der letzten Tage gesehen haben. Da hat man sich ja auseinandergesetzt mit der Firma Uber aus San Francisco, die in diesen Taximarkt eindringt. Man hätte sich auch auseinander setzen können mit deutschen Firmen, nämlich Wundercar aus Hamburg oder Blacklane aus Berlin oder MyTaxi oder MyDriver. Das sind deutsche Firmen, die Ähnliches machen. Aber man hat sich jetzt Uber vorgenommen und ich fange mal mit einem Beispiel an. Da wohne in Berlin in der Goethe-Straße 47 eine Frau Schmidt und die möchte heute am 19. September nachmittags zum Hauptbahnhof fahren und sie sucht dafür ein Auto, ein Transportmittel. Jetzt hat sie sich bei Uber registriert und auch die Zahlweise schon festgelegt. Sie möchte immer mit PayPal bezahlen. Das ist so eine Online-Bezahlungsmöglichkeit. Und jetzt ruft sie auf ihrem Handy, dem intelligenten Handy, dem Smartphone, ruft sie also die App, sprich die Application, die Anwendung von Uber auf. Diese App weiß aufgrund der Ortung des Handys von Frau Schmidt mit drei Satelliten. Wenn drei Satelliten ein Objekt sehen, Sie wissen das, dann kann man das Objekt orten, dann weiß man, wo es steht. Herr Rech als Geodät weiß das noch genauer. Und jetzt erscheint aufgrund dieser Ortung auf dem Bildschirm des Handys von Frau Schmidt ein Stadtplanausschnitt ihres Hauses, wo sie wohnt. Und auf dem Stadtplanausschnitt sieht man Autos sich bewegen. Das sind Autos von Fahrern, die sich auch bei Uber registrieren lassen haben, weil sie gesagt haben, ich fahre sowieso mit dem Auto in der Stadt herum, ich kann ruhig, wenn einer zum Hauptbahnhof oder woanders hinfahren möchte, diese Person auch mitnehmen. Und dann kann ich noch ein bisschen nebenher verdienen. Diese Fahrer sind auch bei Uber registriert und nach bestimmten Kriterien müssen Führungszeugnis vorgelegt haben, Führerschein länger als zwei Jahre haben, nicht mehr als drei Punkte in Flensburg, Personalausweis auf den Fahrer, zugelassenes Auto, das muss versichert sein und so weiter. Frau Schmidt gibt jetzt das Fahrziel Hauptbahnhof ein, der Fahrpreis wird errechnet und angezeigt. Uber mit Sitz in San Francisco wählt ein passendes Auto aus, der Fahrer kriegt auf seinem Handy die Mitteilung über die App. Der Fahrer fährt zur Goethe-Straße 47, ruft vor der Haustür über das Handy Frau Schmidt an, ich bin da, wir können jetzt losfahren. Und jetzt fährt der Fahrer von der Goethe-Straße 47 zum Hauptbahnhof, er muss überhaupt keine Ahnung haben, kein Taxi-Wissen, kein Taxifahrer-Wissen haben. Das Navi, was wir alle kennen, fährt ihn ja automatisch dahin. Frau Schmidt kann auf ihrem eigenen Handy, die Fahrt verfolgen. Das ist interessant für Sicherheitsaspekte. Er fährt ja auch nicht in einen Park statt zum Hauptbahnhof. Angekommen am Hauptbahnhof, bezahlt Frau Schmidt die Fahrt, in diesem Falle online über PayPal, bei Uber in San Francisco. Uber behält 20% von dem Fahrpreis, den nennen die übrigens Trinkgeld oder Betriebskostenbeitrag und 80% werden auf das Konto des Fahrers überwiesen. PayPal, die sitzen in San Jose in Kalifornien, die buchen den Betrag über die Kreditkarte von Frau Schmidt ab. Die Kreditkartenfirma refinanziert sich über das Bankkonto von Frau Schmidt. Wenn sie möchte, kriegt sie per E-Mail eine Rechnung auf ihr E-Mail-Konto und wenn sie Lust hat, dann kann sie auch die Qualität der Fahrt bewerten und kann diesen Fahrer entsprechend bewerten, sodass spätere Kunden sich informieren können, ist das ein guter oder ein mäßiger Fahrer. Das ist also in etwa, was sich abspielt in Echtzeit mit wenigen Klicks, alles in wenigen Sekunden. Und wenn wir das nun mit Abstand betrachten, als Modellfall sozusagen, was passiert grundsätzlich in dieser neuen Online-Wirtschaft, in der Internetwirtschaft, was ist da? Abstrahieren wir das mal, dann kommen wir auf fünf Punkte. Der erste ist, typisch für solche neuen Geschäftsmodelle sind Vernetzungen. Fahrgast, rollendes Auto, Satelliten für das Navi, die Firma Uber, der Bezahldienst in San Jose, die hinterlegte Kreditkarte, das Bankkonto. Immer fließen Daten und alle über eine App ausgelöst und in Echtzeit. Das ist mal der Punkt eins. Das zweite und vielleicht das Wichtigste, bei diesem Vorgang werden Daten zu Informationen. Das halte ich für besonders wichtig. Daten gibt es wie Sand am Meer. Hier im Falle von Berlin die Zahl der Autos in allen möglichen Datenbanken der Versicherungen der Stadt und was weiß ich. Alles uninteressant für Frau Schmidt. Frau Schmidt interessiert nur eine einzige Sache. Gibt es hier unter den vielen Autos in Berlin eines, das in der Nähe ist und das gewillt ist, mich zum Hauptbahnhof zu fahren. Und dieses eine Auto ist für Frau Schmidt informativ. Wir sagen ja auch, etwas ist für mich informativ. Nur das ist eine Information. Alles andere sind Daten. Uninteressant, die rauschen an uns vorbei, so als wenn sie Fernsehnachrichten hören und es interessiert sie alles überhaupt nicht. Es rauscht an ihnen vorbei, aber dann kommt, dass Prinz Charles irgendetwas gemacht hat und dann kriegen sie heiße Ohren und hören genau zu. Das ist für sie informativ. Dann haben sie eine Information. Das ist meines Erachtens grundlegend für die Internetwirtschaft. Wie mache ich aus Daten Informationen? Die Frau Schmidt interessiert sich also für diesen Fahrer. Der Fahrer sagt, es gibt so viele Einwohner, Datenbanken über Berlin, so viele Daten, die interessieren mich alle gar nicht. Mich interessiert ein einziges Datum. Ist hier in meiner Nähe jemand, der von mir gefahren werden möchte? Und das ist die Frau Schmidt an der Goethe-Straße 47 und das ist für den Autofahrer eine Information. Vielleicht ein anderes Beispiel, Vorgriff auf die öffentliche Verwaltung, die ich aber eigentlich Herrn von Lucke überlasse mit seinem nachfolgenden Vortrag. In Estland, das ja immer ein bisschen als Vorreiter in Sachen Informationstechnik und Verwaltung gesehen wird, weil alle Leute einen elektronischen Ausweis haben und so weiter, da gibt es ein Gesetz und dieses Gesetz heißt, dass es einer Behörde verboten ist, Daten von einem Bürger abzufragen, die woanders in der Verwaltung liegen. Und das führt dann dazu, dass ein Start-up, ein Gründer, der zum Gewerbeamt kommt und seine Firma, seine neue Firma anmelden möchte, in 15 Minuten wieder geht, angemeldet. Warum? Weil der Beamte eine App hat, die von sich aus alle Daten zusammenzieht, die diesem einen Gründer entsprechen. Zum Beispiel hat er Steuerschulden. Dann könnte man ihn nicht angenehmigen. Aber das muss nicht der Gründer nachweisen, sondern die Verwaltung ist verpflichtet, aufgrund dieses Gesetzes aus Daten Informationen zu machen. Sie muss von sich aus diese Informationen heranziehen. Das ist also der Clou der neuen Geschäftsmodelle im Internet, sich ausgeklügelte Systeme auszudenken, die Menschen mit diesen komplementären Bedürfnissen zusammenbringen, also wieder zurück zum Mitfahrwunsch und zur Mitfahrgelegenheit. Wie kann ich eine Plattform, sprich die Uber-App, produzieren, herstellen, die aus Daten Informationen macht? Und dazu muss ich die gesamte, ein weiterer wichtiger Punkt, die gesamte Infrastruktur des Internets, die da ist, nutzen. Also große Rechenzentren, Datenbanken, Satelliten, Sensoren, Webseiten anderer Einrichtungen und so weiter. Die Experten für solche Geschäftsmodelle, die gibt es auch in Deutschland. Ich habe einige eben schon genannt. Zalando geht jetzt an die Börse. Das sind genauso gute Leute wie die von Uber. Aber in großen Massen sitzen diese Experten in Silicon Valley. Die brauchen sie für solche Geschäftsmodelle. Die müssen sich auskennen. Und in Silicon Valley haben sie dann gleichzeitig die Investoren. Die wissen genau, wenn wir dort uns umschauen, dann finden wir Geschäftsideen, die wir finanzieren können. Das führt dazu, dass Deutsche in Silicon Valley fahren, wenn sie Geschäftsideen haben, um sie dort testen zu lassen, durch Investoren und anreichern zu lassen, durch die Informatiker. Und noch ein Punkt. Natürlich sind viele Daten für solche Geschäftsmodelle von Vorteil. Und da haben wir einen Grund, warum, wir werden da ausgiebig drauf kommen, die Internetkonzerne massenhaft Daten speichern. Je mehr Daten sie haben, desto besser können sie daraus Informationen für bestimmte Situationen herstellen. Und das sind die lukrativen Geschäftsmodelle. Der vierte Punkt. Man muss natürlich ein Geschäftsmodell machen, das Nachteile der existierenden Branche vermeidet und Vorteile demgegenüber ausweist. Und da können wir uns alle vorstellen, versuchen Sie mal, wenn Sie mit der Bahn nach Speyer zum Hauptbahnhof kommen, ein Taxi zu kriegen, dann wissen Sie schon, was gemeint ist. Sie müssen die Zentrale anrufen, man muss warten. Die Preise sind relativ hoch. Uber halbiert im Durchschnitt die Taxipreise. Man kann den Fahrer nicht bewerten und so weiter und so weiter. Generell kann man sagen, bessere Dienstleistungen, mehr Auswahl, geringere Preise, das muss ein neues Geschäftsmodell machen, sonst hat es keine Überlebenschance. Und noch etwas ganz Wichtiges. Hier dieses Uber-Modell ist Teil dieser sogenannten Sharing Economy. Was heißt das? Es gibt immer mehr Menschen, vor allen Dingen wahrscheinlich in der jungen Generation, die sagen, warum soll jeder ein Auto oder zwei oder drei haben? Reicht es nicht, wenn man auch in Autos mitfährt? Es gibt diese Mitfahrtzentralen, es gibt die Carshare und diese ganzen Dinge. Das ist eine Tendenz aus ökologischen Gründen, aus Gründen der Ressourcenschonung, die in der Generation nach uns heranwächst. Und natürlich ist dieses Uber-Modell ein Volltreffer vor dem Hintergrund dieser Sharing Economy. Also das Geschäftsmodell, mein vierter Punkt, muss auch in die Zeit passen, sonst hat es keine Chance. Und fünftens, wenn das in Berlin läuft, dann läuft es auch woanders. Das heißt, der Markt für solche neuen Geschäftsmodelle ist letztlich die Welt. Und deswegen haben wir diese Riesenfirmen, die hier entstehen. Und am Rande noch, wenn Sie das für Mitfahrgelegenheiten an Taxistellen machen, dann können Sie das auch machen für Kurierdienste, dann können Sie es auch machen für Umzüge. Es gibt Leute mit Lastwagen, die gerne auch ihren Lastwagen für Umzüge bereitstellen. Jetzt kommt, das waren also die fünf Punkte, von denen ich meine, damit kann man die neuen Geschäftsmodelle der Internetwirtschaft charakterisieren. So sehen Sie aus. Und nun kommt die digitale Agenda. Das wird natürlich hier in Deutschland die erste Hausaufgabe sein für die Bundesregierung. Was machen wir damit? Natürlich haben die Taxizentralen sofort protestiert. Und sie haben das alle verfolgt. Es gibt eine einstweilige Verfügung beim Landgericht in Frankfurt. Die ist aber erst mal wieder abgeschmettert worden. Die Allbedürftigkeit sei nicht gegeben. Die Taxizentralen wurden auf den normalen Klageweg verwiesen. Das ist aber auch noch nicht rechtskräftig, weil die Taxizentralen wieder gegen dieses Urteil Widerspruch eingelegt haben. Die Allbedürftigkeit sei doch gegeben. Also das zieht sich noch ein bisschen hin. Was muss man tun? Wollen wir dieses Uber-Modell regulieren? Wollen wir es so laufen lassen? Das sind die Fragen der digitalen Agenda. Ich will mich dazu persönlich überhaupt nicht äußern. Ich will nur die Fragen auf den Tisch blättern. Darüber muss geredet werden. Das ist eine ganz konkrete Hausaufgabe im Sinne von Thomas de Maizière. Es gibt einen verwandten Bereich, das ist Airbnb. Vielleicht haben Sie davon gehört. Airbnb steht für Airbed. Airbed ist die Luftmatratze. Und Airbnb, das B zweite, steht für Breakfast oder Frühstück. Also Luftmatratze und Frühstück ist ein ähnliches Internetgeschäftsmodell wie Uber, aber im Bereich der Zimmervermittlung. Und wieder gibt es die Sharing Economy-Vertreter, die sagen, müssen wir denn immer hohe Hotelkomplexe bauen? Wir haben so viele Wohnungen, die stehen zum Teil leer, kann man nicht einen Teil vermieten. Und das ist dann sehr viel preiswerter. Und mancher kann sich auch eine Reise gönnen, die er sonst bei Hotelpreisen gar nicht finanzieren könnte. Auch hier sofort natürlich dagegen der Hotelverband, da wird geklagt. Und in Berlin gibt es das erste Verbot mit der Begründung, hier würde Wohnraum zweckentfremdet. Denn wenn man diese Zimmer nicht über Airbnb vermittelt, dann würden die Wohnungen eher verkauft. Und dadurch würde das Angebot auf dem Wohnungsmarkt ja vergrößert. Insofern müsse man Airbnb verbieten. Also auch das ist ein solches Beispiel für die Internetwirtschaft. Wenn man jetzt sich die Branchen ansieht, ich habe das in der Tischvorlage gemacht, wenn man sie sich ansehen würde, das können wir jetzt nicht machen, das ist auch nicht wichtig. Wichtig scheint mir, dass wir verstehen, was Internetwirtschaft bedeutet. Wenn wir aber mal gucken würden auf den Handel, dann würden wir sehen, dass inzwischen eingetreten ist, wovon die Ökonomen lange geträumt haben. Nämlich eine Transparenz im Handel wie auf dem Wochenmarkt. Das ist immer in volkswirtschaftlichen Lehrbüchern so das Ideal. Da sind die Preise niedrig, da kann jeder sich informieren und so weiter. Genau das passiert natürlich mit dem Online-Handel. Man hat Preis- und Leistungsvergleiche über Check24 und wie die alle heißen. Man kann sich informieren über den Lebenszyklus von Produkten. Wo kommt das Fleisch her, wo kommt der Fisch her, wo kommen die T-Shirts her, ist da Kinderarbeit dabei und so weiter. Alles das wird heute beim Online-Handelgebiet geboten und mit einem Riesensortiment, wie es ein stationärer Einzelhandel natürlich nicht liefern könnte. Das ganze 24 Stunden am 7 Tagen und es wird geliefert nach Hause. Da sieht man, da ist etwas in Bewegung geraten. Oder nehmen Sie das Medien- und Verlagswesen. Der Brockhaus, der gute alte Brockhaus, hat nach 200 Jahren die Tore geschlossen. Es gibt ihn nicht mehr. Warum gibt es ihn nicht mehr? Weil Wikipedia ihm den Rang abgelaufen hat. Wikipedia ist ein Online-Lexikon. Man schätzt 2 Millionen Autoren weltweit, die ständig dabei sind, die Einträge zu aktualisieren, zu verbessern, sie aktueller zu gestalten. Am Tag in Deutschland wird Wikipedia 20 Millionen Mal angeklickt. Daten werden zu Informationen für den, der da etwas sucht. Oder nehmen Sie den Buchhändler Amazon und den Einfluss auf den stationären Buchhandel. Bei Banken und Versicherungen könnten wir sehen, Herr Müller hat es eben schon angedeutet, Online-Banking, Online-Bezahlen, Online-Kreditgeschäfte. Was hat er zum Schluss gesagt? Bill Gates hätte gesagt, in 20 Jahren gäbe es Banking ohne Banken. Das ist ja teilweise schon so. Ich nehme wieder mal drei Berliner Jungs, damit wir nicht immer nur vom Silicon Valley sprechen. Drei Berliner Jungs, die gesagt haben, Mensch, man kann doch Kameras heute hochwerfen und wieder auffangen. Und die kann man mit Sensoren so bestücken, dass wenn sie oben sind und wieder runterfallen wollen, dass sie dann gerade Fotos machen. Und dann tun sie in diese Kamera, die heißt Panono, die kann man kaufen. In diese Kamera haben sie 36 Bilder, Kameras, ja, in diesen Ball, der Kamera ist, haben sie 36 Einzelkameras eingebaut, sodass man also 360 Grad Fotos bekommt mit jeweils 10 Grad Ausschnitt. Und dann haben sie gesagt, das ist doch eine tolle Idee. Okay, aber wie können wir das finanzieren? Wenn sie zur Bank gegangen wären, Herr Müller ist jetzt nicht mehr da, kann ich das sagen, dann hätten die gefragt, haben sie Sicherheiten, haben sie ein Grundstück, das wir beleihen können. Die haben es anders gemacht, die sind ans Internet gegangen und haben gesagt, hey, wir haben diese tolle Idee, ist jemand von euch bereit, dafür Geld zu bezahlen? Und sie haben innerhalb von wenigen Wochen, haben sie Millionenbeträge eingenommen und haben das Ding produziert. Sie haben noch was Besonderes gemacht, sie haben gesagt, die Ersten, die einen Prototypen kaufen, die können mit uns in einen Dialog eintreten und können an dem Produkt, an der Entwicklung mitarbeiten. Da hat man wieder einen Aspekt von Internetwirtschaft. Oder Medizin und Gesundheitswesen, eine riesige Spanne. Auf der einen Seite die SAP in Waldorf, die gerade jetzt seit wenigen Wochen krebserkrankten Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, ihre Tumorgene, wie nennt man das, sequenzieren zu lassen. Mit dem neuen Datenbankverfahren der SAP dauert das nur drei Minuten. Und dann sich Therapievorschläge erarbeiten zu lassen durch weltweite Recherchen in den medizinischen Datenbanken. Das läuft hier bei der SAP. Auf der anderen Seite Einfluss von Internetwirtschaft in Deutschland auf den Gesundheitsmarkt. Elektronische Gesundheitskarte ist jetzt seit zwölf Jahren im Gespräch. Wir haben sie jetzt auch, 70 Millionen Kassenmitglieder haben jetzt diese elektronische Gesundheitskarte und man kann sie gebrauchen für einen einzigen Zweck, nämlich den Abgleich der Adresse. Aber alle die Dinge, die angedacht waren, Vernetzung zwischen Ärzten, Krankenhäusern, Pflegediensten, Notfalleinrichtungen, Organdepots, Untersuchungsämtern, von Apotheken, Rettungsfahrzeugen, sind nicht verwirklicht. Und das ist vielleicht ein Blick auf Deutschland, auf die deutsche Lage. Wenn es zu Vernetzungen kommt, dann haben wir unsere Schwierigkeiten. Hier sind es nicht die Taxizentralen, die gebremst haben. Hier sind es die Ärztekammern und die Krankenkassenverbände. So, das soll ein Blick sein auf die Branchen. Es steht im Einzelnen in der Tischvorlage. Wenn man jetzt zurücktritt und sagt, was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft, dann möchte ich gleich einen Sprung machen. Und zwar zum Punkt Nummer 7, weil der nun sehr intensiv in Deutschland diskutiert wird, Überwachung des Kommunikationsverhaltens. Ich fange wieder mit einem Beispiel an. Es gibt ein neues Buch von Roman Herzog. Das gibt es tatsächlich. Das heißt Europa neu erfinden. Also man gibt das ein, bei Amazon zum Beispiel, findet das Buch sofort. Der Siedlerverlag in München, 155 Seiten, 18 Euro, bietet das Buch an. Während ich das mache, wird eine Werbung daneben eingeblendet. Es gibt nämlich auch eine Biografie über Roman Herzog von 1994, herausgegeben von der Edition Q in Berlin. Und das Buch können Sie antiquarisch hier und da und da bestellen. Und da wundert man sich wieder und sagt, aha, hatten wir nicht eben gelernt, Daten zu Informationen machen. Es gibt unheimlich viele Buchdaten, Autorendaten. Aber hier ist Folgendes passiert. Es hat ein Verlag, nämlich Edition Q, mitbekommen, dass Reinermann in Speyer nach einem Buch von Roman Herzog sucht. Und dass der möglicherweise auch Interesse hat, die Biografie von Herzog zu kaufen. Und dass es deshalb sinnvoll sein kann, da eine Werbung einzublenden. Und dass das besser ist, als in der Zeitung zu werben. Oder in Plakattafeln oder irgendwo. Und das ist der Grund, weshalb die Internetwerbewirtschaft so unheimlich zugenommen hat. Die ganze Werbewirtschaft ist auf den Kopf gestellt worden, durch diesen Zusammenhang Daten zu Informationen machen. Wer macht das? Zum Beispiel Google hat ein Riesensystem aufgebaut, wo sie aus allen möglichen Klicks, die wir jetzt im Internet hinterlassen, wenn wir zum Beispiel eine App aufrufen aus dem Play Store, dem Google Play Store, also wo die ganzen Apps versammelt sind. Dann können die sich genau angucken, was hat denn der Reinermann angeklickt? Was hat er denn damit gemacht? So, und das lesen Sie nun auch in den Medien sehr stark. Das ist ja der Grund, dass wir Spuren im Internet hinterlassen. und dass Persönlichkeitsprofile erstellt werden. Problematisch ist dabei besonders, dass das gekoppelt ist mit den Internetdienstleistungen. Also wenn ich mich dem entziehen will, dann muss ich auf Amazon verzichten. Das kann ich ja machen. Wenn ich aber die schönen Dienstleistungen von Google, Amazon nutzen will, dann machen die mit meinen Daten auch diese Dinge. Ich habe eigentlich keine Wahl. Da will man, glaube ich, ansetzen. Wir werden das morgen von Herrn Ronellenwitscher genauer hören. Womit muss ich jetzt rechnen? Wenn meine Spuren so festgehalten werden im Internet, dann muss ich erstens damit rechnen, dass mir dauernd Angebote gemacht werden, die auf der Analyse meiner Beziehung